Hallo, hier ist Jana aus meiner Wastlecke. Willkommen zu Vlogmas 2022 mit regelmäßigen, nicht täglichen, aber immer in regelmäßigen Vlogs während der Weihnachtszeit. Viel Spaß beim Angucken! Guten Morgen und frohe Weihnachten! Wir sitzen hier frühstücken und weil es draußen einfach nicht weiß sein will zu Weihnachten, schauen wir uns gerade folgendes an. Kalter deutscher Winter, hat der Typ gerade gesagt. Es geht um irgendeinen Otter. Nee, es geht um den Wintermelden. So könnte es aussehen, wenn man weiße Weihnachten hätte. Aber hey! Wir haben gerade noch den Adventskalender zu Ende gemacht, wissen jetzt wie die Geschichte ausgegangen ist. Den anderen werde ich erst morgen dann beenden, weil es gibt ja noch Plätzchen zu backen. Und das muss ich jetzt mal machen, damit wir dann hinten raus nicht, dass es dann nicht knapp wird, weil wir ja bis um zwölf dieses Essen abholen müssen bei dem Bio-Bauernhofladen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Ich habe hier die beiden Bleche mit frischem Backpapier. Und aus den Rollen werde ich jetzt einfach einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden und die dann da drauflegen und dann backen. Das ist es eigentlich auch. Okay, wirklich rund sehen die jetzt nicht aus, aber dafür geht es halt so super schnell. Ein Blech ist drin und ich mache gleich weiter mit dem nächsten. Die Plätzchen stehen hier unter dem offenen Fenster und kühlen ab. Ja, sind noch leicht warm. Ich werde die auf jeden Fall unter dem offenen Fenster stehen lassen, auch wenn ich jetzt die zwei Bleche noch drauf mache, die noch im Ofen sind. Und lasse die dann so lange abkühlen, bis wir tatsächlich los müssen, damit die nicht warm in der Dose liegen. Und wie gesagt, der Guss kommt dann drauf bei meiner Mutter. Mit dem Plätzchen bin ich fertig. Da kühlen jetzt gerade noch welche ab. Das hier sind die restlichen Geschenke, die wir heute nicht mitnehmen. Hauptsächlich hier für den ersten Weihnachtsfeiertag und das dann für den zweiten Weihnachtsfeiertag bei Roberts Familie. Und das hier ist für heute. Das werde ich jetzt in die Tasche packen und schon mal vorne hinstellen, damit wir auch hoffentlich nichts vergessen. Das wird heute ein kurzes Bad. Vermutlich wird das nur so 20 Minuten dauern, wie man eigentlich in einem Bad liegen sollte. Ja, aber ein bisschen entspannen muss ich mich noch, bevor es losgeht. Haben wir alles. Ich glaube, wir haben alles. Wir müssen los, dass wir das Zeug noch bekommen. Wir haben schon ein Viertel vor, aber kein Problem, weil der Laden ist also allerhöchstens fünf Minuten, je nachdem, wie die Ampelphasen sind. Wir müssen nämlich tatsächlich nur vorne an der Kreuzung dann den Berg runterfahren. Und dann kann mich der Robert schon mal rauslassen. Ach nee, da sind Parkplätze. Vielleicht ist ja was frei. Ja, die Zitat, bitte. Okay, kurzes Update. Zeug vom Bio-Bauernhof haben wir geholt. Es ist sehr warm draußen, was natürlich nicht so gut ist. 9,5 Grad. Ich habe gerade Eis geholt, Vanille-Eis. Das steht jetzt auch hinten und ist nicht noch in irgendwas drin, was es kühlt. Aber wir haben vergessen, die Kühltruhe von uns mitzunehmen. Die holen wir schnell aus dem Keller. Das macht hoffentlich der Robert. Dann packen wir da das Vanille-Eis rein und stecken die im Auto an, weil dann tut die nämlich kühlen. Und die kann meine Mutter dann auch bei sich an die Steckdose anstecken, weil die Pute ist so riesig. Die wird nicht in den Kühlschrank passen, wahrscheinlich. Nee, doch, vielleicht schon. Aber dafür müsste ein Regal ausgebaut werden und dann sind ja die Sachen umgekühlt. Und dadurch, dass es nicht kalt genug draußen ist, um irgendwas rauszustellen, machen wir das dann in unsere Kühltruhe. Und dann hat meine Mutter sozusagen eine extra Kühlung. Okay, jetzt sind wir bei uns und holen schnell denn die Truhe. Im Übrigen war da auch noch Post im Briefkasten für mich. Da ist die fette Pute. Die ist natürlich eingepackt. Der Robert hat das nur aufgestellt, dass das nachher transportieren kann. Aber das Eis schmilzt uns. Aber hier ist der Anschluss. Da, da kommt dann die Kühltruhe reingeschlossen. Eis ist angesteckt. Jetzt fahren wir zu meiner Mutter. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so weiter geht. Auf jeden Fall erst mal mit Mittagessen. Wir sind im Fahrstuhl bei meiner Mutter im Gebäude. Juhu! Das ist meine Mutter natürlich. Und wir sind ziemlich bepackt. Wir müssen jetzt gucken, dass das Eis in den Gefrierschrank und die Pute in die Kühlung kommt. Ja. So. Uch! Uch! Ich hab schon gelüftet und wieder mit Pappe und so, dass ich jemand kohlen kochen kann. Uch! Ich werde jetzt hier die Geschenke wieder so hintrapieren. Äh, nee, das ist gefährlich. Siehst du das, Ute, die ganzen Wichtel? Ja. Das ist Harald. Ja. Das ist Robert. Du hast ja noch fleißig gebastelt. Ja, gestern noch. Das bist du. Das bin ich. Ich bin der Gold mit so Sternchen. Das bin ich. Das hier? Siehst du, für wen das ist? Ja, für mich im Zweiten Fall. Mhm. Wie kann das da stehen, ohne runterzufallen? Robert, ich brauche kurz deine Hilfe. Würdest du mir kurz helfen? Könntest du das weiter rüberschieben und wir versuchen, das da so gegenzulehnen? Uch! Nee, gleich flutscht das hinten runter. Spann jetzt. Sieht aber übelst schief aus. Sieht aber übelst schief aus. Ich hab's geschafft. Tada. Ich bin fertig. Und das sind unsere Geschenke für heute. Bis dahin. So. Das ist für heute und den Kram für morgen bringen wir dann erst morgen mit. Und da ist der Baum. Ich sortiere Plätzchen. Das ist für heute und den Kram für heute und den Kram für heute. Ich bin fertig. Und da ist der Baum. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, der fokussiert die Geschenke. Ach, wir müssen noch mal zu viert machen, weil er hat den Fokus auf die Geschenke gelegt und nicht auf uns. Ist er gar nicht drauf? Doch, wir sind drauf, aber es könnte sein, dass wir nicht scharf sind. Nein, dass wir nicht scharf sind, meine... Ja, was sind da dran, so witzig, Leute. Hör mal auf, sonst hustenst du die ganze Zeit. Diesen Aufriss hier. Hallo, das müsste ordentlich aussehen, Mensch. Ich habe gemerkt, wie Robert auch den Bauch eingezogen hat. Genau wie ich. Habe ich gemerkt, da geht was weg. Ich habe keinen Bauch eingezogen. Ich schon, ich schon. Und? Kriegst du das noch hin, dass die Kamera fokussiert? Ja, sage mal. Okay, er muss erst vorher einstellen, dann selbst auslöserweise. Sonst geht die Taste nicht, irgendwie so. Der Harald... Was machst du? Der Harald tut extra vor seinen Bauch, damit es noch aufträglicher ist. Sieht man sowieso nicht schwarz. Nee, nee. Ja, ja. Passt. Hast du eigentlich auch andersfarbige T-Shirts? Nee. Ich kenne keine. Nee, ne? Ich habe mich auch nicht. Mensch, Mensch, schwere Geburt. Aber wir haben Fotos hinbekommen, wo die dann fokussiert waren, die Leute. Luki, seid ihr bereit? Der Robert hat, glaube ich, am meisten Geschenke. Was ist gemeint? Natürlich. Wir fangen mal mit dem Geschenk von Ute für Robert an. Ich habe es aber auch ganz leicht so zum Ausziehen gemacht. Ja, ist doch gut. Das kann er wiederverwenden sein. Ey, das sind alles wiederverwendete Schleifen. Ich habe gar nicht der Neues gekauft. Recycant, oder? Ja, sie hat mir erzählt, dass du mal ausprobieren willst, ob dir das was kauft. Ja, damit er weiß, ob er sich einen 3D-Drucker zulegt, oder nicht? Ute! Ja, ich kriege was. Blümchen. Also für Insektenblümchen. Ich habe ja nichts, keinen Garten oder irgendwas von dem her. Morgen gibt es noch den Rest dazu, aber das kriegen die anderen auch, deswegen habe ich das nicht. Ja, es ist alles in Ordnung. Wobei, der Harald hat was drin, Ute, weißt du es schon. Du hast noch ein Geschenk drin. Aha, eine haubleuchte Kette. Du kannst einfach auch machen. Ja, damit wir eine längere haben für ein Baum für nächstes Jahr, habe ich mir gedacht, habe ich die gleich mal besorgen, weil sonst denkt man nächstes Jahr wieder nicht dran, weißt du? Ja. Klasse. Für den Schwaben, ne? Ja, super. War gut. Der passt schon, ich bin schon immer bei, aber das ist gut. Der Robert hat für Star Wars T-Shirts bekommen. Und da müssen wir dann erst mal gucken, wenn Ute das aufgemacht hat. Du weißt, was es ist, Ute? Ja, natürlich. Ich kriege einen neuen Kalender. Schau, der ist zum Kämpfen zum Beispiel. Ja, und den kriege ich natürlich auch. Und von dem her, ich habe ihn noch nicht gesehen, der hängt hinter unserem anderen. Aber damit wir den nicht auch noch einpacken müssen, hin und her schleppen. Willst du dir da die Kekse reinmachen? Hat er gemeint. Ja, mach doch. Ich habe noch zu Hause einen. Ja, ich habe da auch noch einen. Ja, da auch noch. Ich habe zwei, ich weiß noch nicht, was ist denn von meiner Nichte, die Kinder? Was sind die zu mir? Groß, du bist. Ich bin der Großnichter. Großnichter. Ich bin der Großonkel. Ja, genau. Harald, setz dich hin, jetzt kommt der Kalender. Kalender mit Bildern, wo wir Teile davon vermutlich schon gesehen haben. Ja. Da bist du ja, wo es war. Ja, genau. Und hier sehen wir ja noch das Haus. Wow, war ja der Himmel immer so schön. Ja. Fast jeden Tag. Die Wolken sehen ganz anders aus, als das, was hier so ist. Rocken ist. Rocken ist. Ja, und das sind alles Privatboote, oder? Ja. Und was ist das hier? Sieht das aus? Ein altes Vorhaus. Ja, wollte ich gerade sagen. Und da, wo die Sandsäcke sind, dahinter, ist unsere Villa. Ja, wo die Sandsäcke sind dahinter, das ist eure Villa. Oh, Villa. So ein Endys halt. Das ist alles Riff noch. Ja, ja, die sind ja in verschiedenen... Wir haben halt von dem Atol hesselnden... War da gerade Ebbe? In den Felsen vor dem Restaurant. Da hat man gesehen, wenn das Wasser weggegangen ist. Aber ansonsten war es nicht so... Nicht so auffällig. Nicht so viel. Nicht so wie an der Nordsee so auffällig. Naja, wir haben halt nicht so viele andere Bilder, weil wir ja nur dort waren. Ja, ja, schon klar. Aber da, an dem Strand sind wir rein und dann sind wir da hinten lang geschnorchelt bis zum Restaurant. In die Richtung. Ja, genau. Wir hatten Abendsonne und wir hatten Frühstück. Ja. Boah. Das ist ja ein irres Vorwort, oder? Ja. Wahnsinn. So schön diese Welt, an der Menschheit versaut. Ja, ja. Politisch gehört die Malediven zu Indien oder sowas? Ne, die sind eigenständig. Eigenständig. Okay. Die waren früher immer von verschiedenen Besetzt, glaube ich. Aber irgendwann ist das nicht eigenständig geworden. Ja, sage mal... Das ist jetzt Frankreich. Achso. Hier sind schöne, blühende, lila Pflanzen. Ja, aber das ist doch jetzt wieder Malediven, nicht? Das ist klar. Also musst du dir vier Malediven angucken nächstes Jahr. Ja, ist so in Ordnung. Ist so ein schöner Anblick. Da sind rund um die Uhr 28 Grad. Okay. Wie schnell oder wie langsam geht so ein Aufgang, so ein Untergang? Ja, ruckzuck. Eine halbe Stunde, dann ist es Fünster. Ja. Ich habe jetzt noch zwei. Oh, warte mal. Harald. Ich habe vergessen, der gehört auch noch dir. Und er gehört der Ute. Ah. Nikolaus Frieda. Und ich glaube, jetzt mache ich mal ein Geschenk auf. Ich mache erst das von Ute auf. Ich habe ja lange hin und her überlegt, welche ich dir eigentlich weiß. Von dem her bin ich jetzt mal gespannt. Tada. Da waren so zwei Kleider dabei. Ja, die habe ich noch dazu bestellt. Ah, okay. Um irgendwas zu sortieren. Zu sortieren, genau. Dass du nicht den Beutel so durcheinander hast. Das ist meine neue Arbeitshandtasche, die ich mit in der Arbeit mache. Das soll ich jetzt zur Arbeit mitmachen. Ich würde sagen, der Robert macht mal das hier. Da hast du noch zwei. Du hast immer noch am meisten. Und Ute, du hast auch noch eins. Schau mal, das habe ich selber gemacht. Ja, das dachte ich mir. Ups, das will das in der Nacht. Ich kriege einen neuen Geschirrspiel. Ich danke euch. Das ist mein Geschirrspiel. Gutschein. Der funktioniert nicht mehr. Da sind die Rollen, die immer abgeben. Die Rollen von dem Kopf, das musst du immer halten. Das ist ein kleiner, portabler Minidrucker. Wir können ja mal ein Foto machen und können das ausdrucken später. Das ist sehr praktisch. Ich habe ja auch so ein Kissen. Dann kann man es aufklappen. Hier kannst du noch was reinstecken, wenn dir irgendwie dein Stück oder was in Sicht. Kinder, wundert euch nichts. Das ist nichts Besonderes. Das ist schwer. Das ist ein Tugendquetscher, ihr Lieben. Ja, aber es ist sehr praktisch. Weil irgendwie, du machst auch und kannst sofort weiter. Wir haben nur noch so ein Robotmasch. Nein, das ist das Hauptgeschenk. Das andere war ja nur geplänkelt. Davon weiß er auch noch nichts. Schau mal, das sind unsere beiden Wichtli. Ja, toll. Und dann steht da das schönste Geschenk, das ist gemeinsame Zeit und was siehst du hier vorne drauf? Noten. Ja, ein Konzert, oder? Auf der Loreley, oben ist eine Freilichtbühne und da ist das Military Tattoo, was wir uns schon in Schottland, in Edinburgh angeguckt haben. Und das hat euch so gut gefallen, oder? Ja, das war ziemlich gut. Nee, habe ich nicht, weil ich mir dachte, wir besprechen erst mal, was wir an dem Wochenende noch machen. Ich habe mal geguckt, da müssten wir theoretisch nichts formen, aber dann können wir ja ein ganzes Wochenende dort machen. Ich muss das einscannen. Aber in Baden-Württemberg verstehen sie es schon, was schon. Da, oder? Ja. Auch das habe ich verstritten. Ja, und in Hessen eher nicht, oder? In Hessen eher nicht. Aber wir müssen das Raclette noch aus dem Keller holen. Also, wir schauen jetzt dann London, weil ich muss den erst aufladen und erst dann kann ich uns ein Foto tragen. Aber da haben wir ja gut gemacht. Wir müssen hier vorne mal ein bisschen Zeug wegräumen, sonst latscht man da irgendwann noch drauf. Ja, und Papier werden sie ins Ding bauen und dann unterschieden. Ich mache jetzt mal hier weiter an, dass das mal... London. Okay, 31. Da kommt dann das Feuerwerk, weißt du? Da kommt ein Weg in die Stadt. Hyde Park. Na, wir mussten ja irgendwie in den Hyde Park reinkommen, um zu dieser Brücke zu kommen, um das Feuerwerk zu sehen. Ja, ja, das war eigentlich schon zu. Aber nicht alles ist zu dann, weißt du? Das war das Feuerwerk. Ist das eine gerechte Arbeitsteilung? Aber immerhin war der Robert im Keller und hat das Raclette hochgeholt und es ist schon dahingestellt. Und meine Mutter macht das ja eh gern. Und so Zeug, also wenn ich nicht kochen muss, sondern einfach Zeug trapieren auf irgendwelchen Tellern, mache ich das auch gerne von dem her. Also wir haben etwas Platzprobleme. Wir haben jetzt da nicht noch extra eine... Also es gibt noch so zwei Einsätze für den Tisch und da machen wir auch morgen, wenn das mit meinem Bruder klappt und mein Neffe wieder gesund ist und die morgen kommen, machen wir auf jeden Fall was rein. Aber für uns vier ist der eigentlich so besser. Dann kommt auch jeder besser dran. Aber dann passen halt die Sachen nicht alle drauf und deswegen habe ich die jetzt einfach hier daneben gestellt und dann muss die halt jemand anreichen. Da sind die Getränke. Und es fehlen noch die Kartoffeln, auf die warten wir. Da ist der verlängerte kleine Tisch. Ah, du machst es dir. Juhu, Essen! Ja, ach so. Ja, ich mache auch Knussbrück. Ich hoffe, der wird... Hier oben drauf kannst du auch machen. Möchte jemand ein extra Schälchen zum Dallar? Nee, nee, ich mache das da mit drauf. Ja, wir haben gar keinen Platz für Schälchen. Kleiner, neuer Portabler-Drucker und das kann dann der Harald gleich mitnehmen. Ist das nicht cool? Wir haben zwar noch das Kaminfeuer, aber wir schauen jetzt den nächsten Teil, nämlich Teil 3, von den London Vlogs an. Ja, na, das Reisen. Jetzt ist mir nur irgendwie wieder... Ja, ich muss mal suchen. Es gibt Glockeneis. Mit Magde Champagne. Magde Champagne und irgendwas mit Himmel. Himbeer gestrudelt und Kakao irgendwie oben drauf. Gestrudelte Himbeerken. Aber es geht nicht auf. Oh je! Brauchen wir ein Werkzeug? Brauchst du Fingernägel? Da hast du Fingernägel. Oh! Vorsicht, nicht ins Eis. Ich habe das vom Albo. Ach so. Ja. Kommst du da jetzt hin oder brauchst du Hilfe? Uah! Ach, und wir sind bei Teil 4, wo wir bei Stonehenge waren. Wir sind auf dem Heimweg, damit wir nicht zu spät ins Bett kommen. Und so, wir kommen auf jeden Fall morgen wieder. Egal, ob mein Bruder und seine Familie kommen oder nicht. Aber das würde dann einiges ändern am Menüplan und so. Wir gucken mal. Oh, sie hat dran gedacht. Juhu! Tschüssi! Guten Morgen! Und schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Das sind die Geschenke, die wir dann mitnehmen für meinen Bruder und seine Familie. Hoffen wir mal, dass das klappt. Und das sind die Geschenke, die wir gestern bekommen haben. Wobei mein kleiner Fotodrucker drüben bei meiner Mutter liegt. Und Roberts Kissen für sein iPad hier schon in Benutzung ist. Und die Tasche, die liegt da so, weil ich die nachher dann benutze, um mein Zeug reinzumachen, wenn wir wieder zu meiner Mutter fahren. So sieht's aus. Und ich muss noch den einen Adventskalender zu Ende machen, den von der Schokoladenmanufaktur. Also, es steht jetzt fest, mein Bruder und seine Familie kommen nicht. Mein Neffe hat wohl eine Bindehautentzündung. Sieht ganz schlimm aus, der arme Kerl. Tut mir so leid, das muss echt wehtun. Ja, das ändert so einiges heute. Und heißt eben, wir haben jetzt so viel Essen. Wir werden heute nur zu dritt sein. Also meine Mutter, der Robert und ich. Und wir können einfach nicht, wir können nicht eine ganze Pute essen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst viel davon einfrieren. Und das dann irgendwann einfach nachholen. Tja, so sieht's aus. Wir wissen auch noch nicht so genau, wie wir das machen. Auch mit den Geschenken und alles. Es ist, ähm, wahrscheinlich telefonieren wir dann heute einfach mal noch mit denen. Aber die gehen jetzt erstmal zum Bereitschaftsdienst mit ihm zum Arzt. Lassen das mal abchecken. Oh Mann. Also wir fahren trotzdem Mittag dann zu meiner Mutter. So, wir haben ja erst 20 vor 10. Und das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal noch zwei Stündchen schneiden, um so viel von Vlogmas wie möglich geschnitten zu bekommen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich muss auch noch eine Rechnung überweisen für die Osteopathie, die ich bekommen hatte. Dann fahren wir später zu meiner Mutter und gucken mal, was der Tag noch so bringt. Schon sehr merkwürdig. Aber hey, was soll man machen, ne? Steckt ja keiner drin. Wir sind auf dem Weg zu meiner Mutter. Und gucken jetzt mal, wie viel wir essen können. Aber sie hat schon ausgemacht, weil sie danach eine Freundin besucht, dass sie sie abholt und die dann das Essen mitnehmen, damit das nicht verkommt. Ich muss noch ein paar Leuten zurückschreiben, die gestern geschrieben hatten. Da oben ist der Baum. Ich werde angestrahlt. Jetzt ist das Geschenk. Seht ihr das Eichhörnchen? Könnt ihr es sehen? Bam, Baum. Jetzt ist es da drüben in dem Baum. Das ist gerade vom Baum zu Baum gelaufen. Meine Mutter macht diese Pute, die wir dann heute Abend essen werden. Kannst du mir dann nochmal Salz reinmachen, weil ich habe volle Finger. Wie viel? Richtig ordentlich, ordentlich. Ich muss die einsalzen von innen und außen. Du sagst, stopp. Danke. Und dann essen wir was davon heute Abend und bringen den Rest nach München, inklusive der Geschenke. Das ist nur unser Beutel und meine Mutter hat ja auch noch welche. Plus dem, das hätte die ja niemals bis nach München alleine kriegen können, weil sie gesagt hat, dass sie morgen bei denen vorbeifährt. Aber wir haben ja heute jetzt auch nichts weiter zu tun, weil es war ja geplant, dass wir was mit denen machen. Wir werden allerdings nicht lang da bleiben, weil keiner von uns will sich mit dieser Binderhautentzündung oder was auch immer das ist anstecken. Okay, der Robert und ich haben Reste gegessen und ich schaue mir dieses Video an, das auf Englisch, damit meine Mutter weiß, was sie machen muss mit der Pute. Okay, wir müssen dann nachher alles an Essen irgendwie einpacken. Jetzt haben wir Rosmarin geholt vom Balkon und jetzt hat meine Mutter das auch noch reingesteckt und da ist eine Zitrone gefüttelt, eine Zwiebel gefüttelt und ein Apfel gefüttelt drin. Und jetzt muss ich schnell ein Foto machen, wie ich es meiner Schwägerin schicken kann. Jetzt werden die Taschen unter der Haut mit Butter gefüllt, damit die Brust auch schön saftig bleibt. Nur da und dann wird die restliche Haut eingestrichen überall mit der restlichen Butter. Hast du die Butter gesalzen? Das ist fertig gesalzen hier Meersalzbutter oder wie ich weiß es. So und den Rest davon dann... Guck mal, was ich Taschen gemacht habe. Vorsicht, aber brauchst du denn die zweite Butter auch? Reicht nicht die eine Butter? Weiß ich nicht. Das sieht mir so aus, als ob die reicht. Ich habe ja nur die eine hier in den Dingens gemacht. Ja, ja. Genau und hier muss man glaube ich zumachen. Für dich gar nichts, ne? Nee, danke. Gut, dass du das machst. Nee, den Rest von der Butter, Ute, das reicht doch schon. So viel hat die gar nicht genommen. Du sollst das so verteilen, genau. Und den Rest davon überall schön. Überall schön, jedes Beinchen, überall die Flügel und alles. Ich guck mal weiter das Video. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, weil Ute hat klitschige Finger und wir versuchen den Hals abzubekommen. Im Video ist der Hals gar nicht mehr dran, sondern bei den Innereien gewesen. Und der wird dann in die Soße. Und der Robert versucht gerade irgendwie den Knochen durchzukriegen. Wir haben aber kein ordentliches Hackeball dafür. Hatte ich alles schön gegeben. Nimm doch das mit dem, da ist schwarze. Das hat Riffel. Ja, ich weiß. Okay, ich komme irgendwie nicht zum Essen. Meine Mutter hat jetzt den Vogel verschnürt. Ja, und ein ganzes Stück, glaube ich, ist fettig. Das muss auch sein. Achso, ich schneide mal hier unten ab. Und da noch. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, du siehst sehr fettig aus. Das Teil musst du dann vorbehandeln, bevor du es wäscht. Du, ich muss jede Menge wäschen. Ich gucke weiter Video und futter noch den Rest von meinem Mittagessen. Also eigentlich würde da noch Karotte mit reinkommen als Gemüse zum Draufliegen von der Pute. Aber meine Mutter darf keine Karotte und deswegen lassen wir die Karotte weg, weil das Zeug soll ja später dann die Soße machen. Wir wollen ja da keine. Mit der Brust nach oben sowas. Und mit den und die Flügel schön unten drunter. Ja, die sind ja hier drunter gebunden. So, war fast. Und jetzt in die Mitte, wobei du musst nach oben den Platz lassen. Also würde ich es ein bisschen weiter nach unten rein machen. Er ist drin und ich mache schnell zu, sonst geht die ganze Wärme raus. Und jetzt stellen wir zweieinhalb Stunden ein und nach einer Stunde gucken wir mal. Mach erst eine Stunde, damit sie werden es wissen. Also es piept. Sichtig. Okay, da läuft. Eine Stunde und dann gucken wir mal, ob es braun ist und dann müssen wir was oben drüber legen. Meine Mutter hat ein bisschen sauber gemacht in der Küche. Wir haben ja jetzt Zeit, solange wie das Ding im Ofen ist. Und ich habe schon mal rausgesucht auf Amazon Prime. Drei Haselnüsse für Aschenbrötel, allerdings die Neuverfilmung von 2021. Und meine Mutter hat heute schon das Original gesehen. Und jetzt können wir mal vergleichen, so wie die Neuverfilmung ist, was wir besser finden, ob es okay ist. Weil es ja oft merkwürdig ist, wenn so ein alter Klassiker dann neu verfilmt wird. Aber vielleicht haben sie es ja ganz gut gemacht. Man weiß es nicht. Wir sind präpariert. Ich werde jetzt... Jetzt riecht nach diesem Sellerie. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt Mandarinen schälen. Und... Da ist der Film. Und der Robert weiß ich gar nicht, guckst du mit Film oder guckst du dein Kram? Mal gucken, wo er so ist. Weiß er noch nicht. Guck mal. Ich sehe nichts. Ja, ich sehe gar nichts. Meine Brille ist beschlagen. Ich auch nicht. Mach sie weg. Also ich würde sagen, wir machen noch eine Viertelstunde. Mache da rein. Wir hätten gerne ein Fazit. Also ich fand ihn ganz gut. Es war viel am Original, aber das Ende ein bisschen anders. Und das fand ich, ehrlich gesagt, fand ich den besser, weil der Alte ist halt schon einfach so alt von dem... Er ist nicht scharf mehr, vom Ding, von der Qualität, vom Bild her. Und irgendwie die Special Effects sind besser. Aber man ist halt dran gekommen. Ja, mei. Also das sind die Geschenke, die wir dann einpacken müssen. Und das, was ja nicht in unsere Tasche gepackt passt hatte, nehmen wir dann alles mit und bringen das mit nach München. Okay, Geschenke. Die Tasche ist gepackt. Ich kann da unsere gleich mal dazu stellen. Wir hatten vom Bio-Bauernhof noch die Nudeln bekommen. Die müssen wir dann mit dem anderen Essen noch zusammen einpacken. So, ich sitze hier und gucke die Pude an. Man sieht ordentlich Fett rauslaufen. Runden in die... Oh, Pfanne kommt's hin. Die Küche ist nicht so groß. Die ist noch nicht so wirklich braun. Ja, da fehlt noch einiges. Wir haben jetzt mal eine halbe Stunde länger gemacht. Aber wir haben jetzt mal das Thermometer reingehängt. Langsam ist es auf 165, wie ihr da sehen könnt. Und das steigt ganz langsam auf 170. Da wollen wir jetzt hinkommen, weil hier oben ist eigentlich... Jetzt ist es aufgeheizt. Jetzt ist es genau knapp unter 170. So lassen wir es mal. Weil hier oben ist es nämlich eigentlich jetzt... Also von dem Teil ist es bei 195 eingestellt. Aber anscheinend geht der Ofen nicht ganz genau. Und deswegen das Thermometer. Und da sind wir nämlich erst bei 170. Und das ist das, was wir jetzt mal haben wollen. Und ich glaube, ich stelle noch eine Viertelstunde länger ein, Ute. Mach ich mal gleich. Dann wäre die nämlich insgesamt 3 Stunden... 3 Stunden 15 Minuten drin, wenn jetzt die Zeit da oben noch abgelaufen ist. Und dann hoffen wir mal, dass sie bis dahin noch schön braun und knusprig wird. Schaut euch mal die Sonne an. Auf den Bäumen. Und wir haben endlich das Licht angemacht. Schon wieder voll vergessen, als wir gekommen sind. Es war einfach noch zu hell. Schonder scharf. Ein Kurzfilm, 30 Minuten. Und es geht um Weihnachten. Okay, also hinten ist die eigentlich ganz gut. Nur vorne ist sie irgendwie noch so ein bisschen roh. Weil die sich gekippt hatte. Da werde ich so ein bisschen schräg. Wir drehen sie jetzt mal. Und hoffen, dass die andere Seite auch noch... Warte. Oh, entschuldige. Und meine Mutter schüttet noch ein bisschen was von dem Fett und so oben drüber. Und auf die Brust legt man aber nochmal was drauf. Weil die wird da schon sehr schön krass. Mach über die Beinchen auf jeden Fall noch was. Oh ja, und da innen rein. Schön über die Beinchen. Der Beinchen! Ja, hier hab ich doch. Flügel. So. Der Flügel noch. Okay. Und ähm... Wir haben hier jetzt nochmal eine Viertelstunde gegeben. Dann wären es dreieinhalb Stunden. Und ich glaube... Wollen wir schon mal mit dem Maske und Ding ins rein? Nee, weil jetzt ist es doch noch im Ofen. Das ist albern. Wir geben ihr die Viertelstunde jetzt noch. Mach mal oben das Ding wieder drauf, dass es nicht so dunkel wird. Aber nur ein bisschen schmal... Achso, ja, nee, genau. Mach da auf die Seite. Genau, dass die andere Seite ein bisschen eher so... Okay, okay. Matja, jetzt schiebe ich wieder rein. Ja, alles daneben mit der Tasse. Und immer aufkochen lassen, sonst siehst du nicht, ob es zu viel so ist. Nee, da geht noch was. Also ist... Fleisch ist sehr zart, finde ich. Und es schmeckt auch lecker. Hast du Soße, will die Ute noch? Ich nehme dann mal ein bisschen Soße. Ich probiere mal Soße. Ich bin nicht so der Soßen-Typ. Aber was ist das Fazit? Schmeckt? Ja, schmeckt gut. Robert, schmeckt es auch sehr gut. Eigentlich müssten wir jetzt die Schnüre und so wegräumen. Das passt schon. Wir packen den dann eh ein und fahren den noch nach München. Wir sitzen im Auto und sind unterwegs. 20 vor 7. Wir sollten um 20 nach 7 da sein. Wir werden nicht lange bleiben und werden wahrscheinlich mit denen einfach nur ein paar Geschenke auspacken und vielleicht mal ein Foto machen und dann wieder nach Hause fahren. Weil wir wollen uns ja nicht anstecken. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir einen ordentlichen Parkplatz finden, der relativ nah an der Haustür ist, weil wir so viel zu tragen haben. Und meine Schwägerin hat geschrieben, dass auch viele gefahren sind wieder nach Hause und deswegen müsste eigentlich was frei sein. Wir haben uns präpariert mit Mützen und jetzt wollen wir die Geschenke übergeben. Wir müssten auch gleich kommen, Uwe, da war ein paar Sand. Und wir haben vorsichtshalber mal Masken an, weil wir wollen uns ja nichts holen. Er schläft. Armer Kerl. Da ist der Robot. Juhu, Joschi. Ach, und im Übrigen haben wir die ganzen Geschenke da noch hingemacht. Ich mach mal ein Foto. Packst du aus, Robert? Das große Rote und das, was oben drauf liegt, ist für Joschi. Das ist deine Rote-Tüme. Die sind alle deine. Die drei da. Was hast du denn schickes? Ein Cappuccino. Äh, Manzipanka-Doppel. Und ein Tischzeug. Sehr gut. Und, Joschi, was ist das Radmal? Ich hab hier noch nicht lang genutzt. Ja, genau. Dann hab ich mir überlegt, wie ich's dann machen kann. Und, was ist es? Keine C? Ja, was für eine? Eine Rote. Vielleicht. Wir haben euch einen neuen Motor gekauft, weil er funktioniert. Und wir haben ihn sauber gemacht vorher. Da ist der Rest davon in dem Roten. Das ist dein Geschenk, Joschi. Und, Ute? Der hat nicht, das hat in kein Karton reingepasst. Deswegen hab ich's einen drin eingebracht. Ich hab andere. Was ist denn da drin? Verrat's nicht, ne? Ich werd's sehen. Kleine Teelöffel, ist das ein Schwung? Weil ich bei euch die immer abgewaschen hab, weil ich immer so wenig Teelöffel hab. Okay, Maske wieder aus. Wir haben jetzt die ganze Zeit Maske getragen, außer zum Trinken und kurz einmal, um ein Foto zu machen. Wir sind auf dem Rückweg. Es ist jetzt halb neun. Also wir sind noch in München, aber wir fahren grad wieder. Da kommt irgendeine Straßenbahn, die 12, Richtung Romalplatz. Keine Ahnung. Also wir bringen jetzt erst mal meine Mutter wieder nach Hause und dann fahren wir zu uns. Und dann können wir uns noch einen ruhigen Abend machen, bis wir ins Bett gehen. Wird dann eh nicht mehr lang. Jetzt ist er traurig, weil ich gesagt hab, er steht im Weg und ich seh nix. Wenn du ihn jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts machst, ist er mir auch nicht mehr im Weg. Also wir sind zwar hier jetzt in New York, aber der Film heißt eigentlich Weihnachten in den Highlands, also in Schottland. Und von dem her hab ich den jetzt mal reingemacht. Weil wir haben noch Zeit für einen Weihnachtsfilm, bevor wir ins Bett gehen. Also wirklich New York müsste man an Weihnachten auch mal machen, oder? Die Weihnachtsdeko find ich cool. Oder man geht einfach in der, also vorher schon hin, bevor Weihnachten ist, aber da haben die ja schon dekoriert. Oder nach, direkt nach Weihnachten. Ne, da ist auch viel voll, weil Silvester ist ja auch... Meine Schwägerin hat uns eine Flasche Baileys Colada mitbringen lassen. Also mit Kokos, Baileys mit Kokos. Und wir probieren das jetzt mal. Allerdings lassen wir das Eis noch ein bisschen, dass es kälter wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Kann man sehr gut trinken. Also ich trinke ja nicht viel Alkohol, aber Baileys ist eins von den Sachen, was ich mag, weil man den Alkohol nicht so schmeckt, sondern halt, das ist halt süß und sahnig und Ding. Und das schmeckt jetzt tatsächlich wie so Pina Colada, aber halt Baileys Pina Colada. Das ist tatsächlich... Also man kann es gut trinken. Ist wie so eine Art Cocktail quasi.